D-A-N-K-E-S-C-H-Ö-N von Herzen. Dankeschön. Und manche meinen ja, dass ein Dankeschön viel mehr wert sei als alles Materielle. Nun, ich finde, man kann das ganz gut miteinander kombinieren. Und deshalb verlose ich heute für euch drei komplette Sets meiner Pflegelinie Sensor Pur. Mehr dazu gleich. Ich finde ja, dass wir generell viel zu selten Dankeschön sagen. Und deshalb möchte ich euch heute danken. Dafür, dass ihr meine YouTube-Videos so fleißig schaut und kommentiert. Und dass ihr mir zeigt, wie wichtig euch diese Themen sind. Das motiviert mich. Und ihr wisst ja, beziehungsweise die meisten von euch, dass ich häufig sage, Wissen wirkt. Und deshalb macht es mir auch so eine Freude. Mein über viele Jahre gesammeltes Wissen und meine Erfahrung portionsweise so zusammenzufassen, dass ihr die Zusammenhänge erkennt und die Erkenntnisse in eurem Alltag einsetzen könnt. Ohne Medizin studiert haben zu müssen. Nun, ich baue ja die Inhalte in meinem Kanal so aufeinander auf, dass ihr eine Art Videolexikon bekommt. Und was mache ich sonst noch so? Natürlich werde ich oft gebeten, Vorträge auf wissenschaftlichen Kongressen und anderen Fortbildungsveranstaltungen zu halten. Zudem werde ich als Expertin für TV, Online und Printmagazine angefragt. Wie ihr euch denken könnt, geht es dabei meist um Beauty-Themen. Zum Beispiel um effektive Treatments, Hautpflegestrategien, Wirkstoffe. Die Bandbreite ist riesengroß. Es sind so viele spannende Themen dabei, dass ich sie gerne für euch Stück für Stück zusammenfasse, in meine Videos einbaue und euch hier auf meinem Kanal zur Verfügung stelle. Ihr seht, es passiert so viel um meinen Kanal DocJulie herum. Und natürlich tausche ich mich auch mit anderen YouTubern aus, wie hier mit den Moderatoren des Kanals Offen und Ehrlich. Das war ein sehr amüsantes und spritziges Video. Und es ging in dem Fall um meine Expertise zum Thema Selbstbräuner und der möglichen Abspaltung von Formaldehyterin. Ach ja, und was ist noch passiert? Ein echtes Highlight für mich in letzter Zeit war die Produktion des Imagefilms für Sensor Pur. Also, by the way, nicht nur, dass ich die Hauptrolle spielen durfte, sondern es war auch noch ein ganz, ganz spannender Tag. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in Hollywood mit einem großartigen Team, einer super Produktion, einem tollen Script und letztendlich einem klasse Ergebnis. Und damit ihr mal seht, dass es hinter den Kulissen auch ein bisschen anders aussehen kann, hier ein paar Making-of-Fotos. Also, wir hatten so viel Spaß. Und als ob das nicht schon genug wäre, durfte ich auch noch an der Komposition der eigenen Sensor Pur-Musik mitwirken. Also eine wirklich runde Sache. Ich würde mich so freuen, wenn ihr euch den Film mal anschaut. Übrigens, um nochmal auf die vorhin erwähnte Dankeschön-Verlosung zu kommen, Wenn ihr eins der drei Sensor Pur-Sets gewinnen möchtet, dann findet ihr die ganz einfachen Teilnahmebedingungen hier in der Infobox. In einem Set enthalten sind Reinigungsschaum, Tonic, Serum, Creme und Augencreme. Und wenn wir schon bei Sensor Pur sind, dann findet ihr alle Informationen zu den Produkten, aber auch zu meiner Philosophie und warum ich diese moderne Hautpflegelinie entwickelt habe auf der Sensor Pur-Website. Die Sensor Pur-Website wurde übrigens gerade relaunched. Und es ist nicht nur eine einfache Website, sondern ihr erfahrt noch viele, viele weitere Informationen. Zum Beispiel über die Inhaltsstoffe und warum ich sie einsetze. Aber auch über Inhaltsstoffe, die keinesfalls Platz in meinen Produkten haben. Ganz wichtig ist mir auch zu erklären, warum ich meine Produkte vegan und cruelty-free formuliert habe. Und zwar unabhängig und international zertifiziert. Zudem gibt es Anleitungsvideos und zwar einerseits bei den einzelnen Produkten und andererseits bei den Erklärungen der Hauttypen, damit ihr auch erkennen könnt, zu welchem kosmetischen Hauttyp ihr gehört. Ich sehe an den vielen tollen Rückmeldungen, dass das genau der richtige Weg war. Und ich freue mich, wenn die Sensor Pur-Produkte auch eure Haut glücklich machen. Also viel Erfolg bei der Verlosung. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Alles Liebe euch! pressbook.com Fertif